Aber ich sehe noch keinen roten Qualm. Oh, da ist einer, da ist einer. Wo, wo, wo? Ah ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh nein. Den mache ich platt. Paz! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von PUBG Mobile zusammen mit German Let's Play. Dinkes Dankeschön, geht raus an die Jungs von Tencent Games, denn dieses Video ist eine Kooperation mit den Boys. Leute, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und wenn ihr Bock habt, selber mal PUBG Mobile zu zocken, dann geht auf jeden Fall ganz oben in die Videobeschreibung, denn dieses Spiel gibt es gratis für iOS und Android. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß mit dem Video. Kuckuck. Hallo. Na? Wollen wir ins Krankenhaus? Wo ist denn das? Das ist da, ich markiere es dir. Da ist das Krankenhaus. Da gibt es bestimmt ein Auto. Da ist nicht das Krankenhaus. Doch, natürlich, da steht doch Hospital. Achso, da, ja, hier. Ja, ja, du kannst doch hier lockerflockig reinzoomen. Zack. Also, da sind so viele Straßen, wenn da kein Auto ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und was machen wir denn damit? Ja, wir fahren und überfahren Gegners. Echt? Ja, klar. Ich kann das. Ich bin Profifahrer. Okay, warte. Drei, zwei, eins. Go! Du, du musst vorher in die Richtung gucken. Dann, dann gehst du auch in die Richtung raus. Ah, das wusste ich nicht. Danke für den Tipp. Ja, hab ich schon gemerkt, Alter. Genau deswegen, weißt du, bist du halt mein Senpei. Oh, ja. Und mein Lehrmeister. Ja, ja, ich, ich, ich seh da auch. Wie, warum ist der denn so schnell? Ich seh ihn nicht mehr. Da links. Aber ich seh dich. Sind wir noch auf der richtigen Route? Ja, ja. Okay. Ich komm aber nicht an. Ja, lass hier zu den Lagerhallen kurz und dann zum Hospital. Okay. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Zwei Stück. Direkt hier. Perfekt. Aber die Lagerhallen, da will ich erst mal ein. Okay, okay, okay. Da gibt's den Dicken Loot. Ja, gibt's echt. Und... Scheiße! Ich bin mal auf dem Dach gelandet. Nicht schlimm. Aber ohne. Au! Oh, ich hab mir nichts gebrochen. Ich geh zur anderen Lagerhalle. Ich sprinte da einfach loggerflogig. So, jetzt hab ich hier, jawohl, hier gibt's den Dicken Loot, Alter. Gib mir die Blendgranate. Dann geh ich mal zur anderen Lagerhalle. Oh, ne Pistole, Alter. Damit werd ich die Leute fertig machen. Ich sag ja, fetter Loot. Also bis dato, Manuel, eher enttäuschend. Ja, liegt nicht an mir. Ja, doch! Oh, da ist er schon noch. Noch ne Pistel. Hey, hier ist nix drin. Schade. Ja, dann können wir ja zu dem Auto da hinten. Okay. Meinst du, hier ist wer? Nein. Das glaub ich nicht. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich fahr! Keine Angst. Ich? Ich kenn keine Angst. Wollen wir nicht erst mal hier kurz ne Waffe holen? Ja, lass die Tür, ist ja kein Problem. Vertrau mir. Okay, ja, dann fahr. Und jetzt? Ja, wir fahren hier ein bisschen weiter in die Stadt rein. Hat grad wer auf uns geballert? Nein! Wie kommst du denn da rauf? Ui! So, perfekt. Denn hier, ich, ich sag jetzt mal an. Ich geh durchs Fenster. Hier gibt's den Fan-Loot. Kannst du doch nicht einfach durchs Fenster gehen. Ja, doch. Hier wird's wirklich geilen Kram geben. Hier ist ein Einserhelm. M16. Nice one. Er wusste es. Er wusste es. Er den Warneck. Ja, ich weiß einfach. Ja, ich hab hier ordentlich was drauf. Zack. Oh, hier ist doch noch mehr. Hier ist noch mehr. Da ist die Thompson, Alter. Polizeiweste. Oh, Level 2 Rucksack. Den. Höh! Ach so! Ich hatte schon Level 3. Okay, krass. Echt? Ja, ja, Gott sei Dank. Ich find das einfach nice, dass das Spiel mir das abnehmen. Dass ich einfach sagen, okay, das ist besser. Das wird sofort ange... Oh, Arbeitsstiefel. Alter. Endlich. Endlich. Das ist klasse. Ich glaube, hier ist wer direkt bei uns. Ernsthaft? Ja. Ich auch zwischendurch immer mal wieder einen Schuss. Ja, ich seh jemanden. Oh, Gott. Töt sie, töt sie. Ja, ja, ich probier jetzt. Ich muss kurz nachladen. Jawohl, hab ihn. Hab ihn. Du absolute Killermaschine. Der hat aber ordentlich in mein Fenster geballert. Der krabbelt. Aber nicht mit die Wiesel. Töt ihn. Jawohl, hab ihn. Zack. Hier ist noch wer. Hier ist noch wer. Okay. Ich hör wen. Ich nimm die Thompson. Für Close Range ist die Thompson... Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Kann wir den? Hallo? Was? Ich hör ihn nicht. Lock ihn. Ja, ja. Oh, oh. Warte, was ist denn hier? Eie, ne Shotgun. Aber die brauch ich nicht. Oh, warst du schon auf dem Dach? Ja, bin ich gerade. Ach so. Okay. Weil offen war, ne? Ja, ja. Ich dachte, okay, jetzt ist die Kacke am Rampfen. Ich wurde angeschossen. Von wo? Von wo? Duck dich. Von 195. Hinter dem Haus? Oder in dem Haus? Ich weiß es nicht. Ich seh ihn, ich seh ihn. Wo ist er? Vor dem Haus. Direkt vor dem Haus. Oh, oh, ist er ihn auch? Wow, wow, der hat mich richtig gut gebetet. Ich hab ihn mit der Shotgun aus der Range. Nice, 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 nice. Alter Schwede. Der hat richtig viel Schaden gemacht an mir. Ja, dann soll ich dir was geben zum Heilen? Ja, ja, das wär echt gut. Ich gebe dir, warte, das einmal. Oh, ja, danke. Und das. Nimm aber erst nur die Verbände. Ja, ja, mach ich, mach ich. Ich brauch unbedingt ne Waffe, ne? Ich hab echt keine richtige Waffe. Was hast du denn gerade für eine? Bei Shotgun scheinbar. Ach so, soll ich dir die Thompson geben? Ja, ist besser als nix. Okay. Du hast doch deine... Ach so, das ist die Shotgun, die ist... Ja, ja, ja. Ich gehe aus dem Fenster raus. Okay, do it. Ich luch beim den Typen. Stimmt. Ja, ui, der M16A4, nice. Oh, sehr gut. Mann, der war ja krass, ey. Der war wirklich krass. Jetzt wird's Zeit für weiter Autofahren. Oh nein. They see me rolling. Ich hab hier ein Visier hingelegt, falls du das willst. Oh ja, sehr, sehr gerne. Warte, schnapp ich mir. Ihn wird da gerade geböllert. Was soll das? Ich weiß nicht. Da ist wer vor mir. Äh, weh. Okay. Da hinten, er läuft, er läuft. Hab ihn, hab ihn, hab den einen. Nice, 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 nice. Da ist noch einer. Woho, ja, ich hab's gespürt. Hab ihn, hab ihn. Ja, sauber. Sehr gut. Aber das war's nicht, das war's nicht. Hä? Ist da oben ne? Ich glaube, hier ist da irgendwo einer. Ja, ja, ich find... Ach so, du hast ihn gefinisht. Oh, der Thiel. Danke. Und ein Rotpunktvisier, falls du willst. Äh, nee, hab ich ja schon. Nee, du hast ein Holographic. Ach so. Ich nehm immer Rotpunktvisier, weil ich die besser find. Okay. Ich hab jetzt unter meinem Helm ne Mütze. Lol. Ah, wir müssen wieder zurück ins Auto. Müssen wir? Ja. Oh, ja, jetzt auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Okay, schnell rein. Ja, fahr, fahr, fahr. Ja, move, move, move. Ja, mach ich. In welche Richtung, in welche Richtung? Ähm, hier lang, da lang. Ja, okay, dann fahr ich über die Brücke. Ja. Okay, los geht's. Ich glaub, ich war hier noch nie auf der Brücke. Ernsthaft? Nee, nie. Falls du jemanden siehst, mach Kigeriki, okay? Ja, ja, ja. Kigeriki. Was, wo? Ich seh dich. Gegner. Ach so. Oh, wie professionell ich fahr. Das ist krass. Obwohl, ich könnte auch so auf der richtigen Seite fahren. Bär angebracht. Scheint nicht viel los zu sein auf den Straßen. Nee, irgendwie nicht. Oh, da ist ein Flugzeug. Vielleicht können wir zum Drop fahren. Oh ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich sehe noch keinen Drop. Fahr mal weiter die Straße. Rechts, genau, geradeaus da. Jetzt wo das? Links, links, links. Okay. Genau, weil da ist das Flugzeug. Ja, es hat gedroppt. Nice. Nice, nice, nice. Bist du mal da links? Ah ja, ich seh's. Pass auf, da ist ein Stein. Genau. Ja, hab ich gesehen. Aber ich seh noch keinen roten Qualm. Oh, da ist einer, da ist einer. Wo, wo, wo? Ah ja, ich seh ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn. Oh nein. Den mach ich platt. BAMS! Das ist halt ihm fast ein Schade. Jawohl, Raster, Alter. Da ist er down. Geradeaus, geradeaus, genau. Der wollte auch den Loot. Oh ja, ich seh's. Hoffentlich ist da keine Schnippel drin. Ich guck mal rein. Ja, ich möchte auch reinkommen. Nein, ich heb's auf. Hilfe. Nein, nein. Warte, nimm's, nimm's, nimm's. Da ist doch was drin. Da ist ein Maschinengewehr. Ja, ja. Kein Maschinengewehr, ne Out. Das ist eigentlich noch geil. Das ist echt richtig gut. Ich werde angeballert. Geh in Deckung, komm zu mir. Geh in Deckung. Hä, wo ist er hin? Hab ihn. Kopfschuss. Nice one. Ui. Ja, ich hab ihn durch das hohe Gras 0 gesehen. Ja, der darf in mir nicht da. Hast du die Waffe? Ja, passt auf mich auf. Ja, ich hab die M16 und äh... Dieser Aug. Ja. Ja, ich hab einen Schall hier auf der Aug. Ja, cool, du hast den Schall, der Fall. Ja, das ist gut, das ist gut. Nimm da ruhig. Die ist echt nice. Gibt's ne bessere? Also, ich hatte die, glaub ich, noch keinmal. Das ist... Oh Gott, Raster wurde jetzt komplett weggelegt. Ja, soweit ich weiß. Okay, wieder ab ins Auto, würde ich sagen. Ja? Ja. Okay. Weil ich glaub, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir irgendwo längs fahren und jemanden sehen, ist... Äh... Ist wesentlich höher. Das stimmt, ja. Du schaffst ja wesentlich größere Distanzen. Wie sieht's mit dem Auto aus? Ist das besser oder schlechter? Ja, es ist sicherer, ne? Ja, aber wir sind Risk-Taker. Ne, das brauchen wir nicht. Wir haben schon so viel erreicht in unserem Leben. Oh, da ist noch ein Flugzeug. Okay. Ähm... Bisschen rechts gehen. Oh, hier ist jemand down gegangen. Ja, fahr mal nach rechts, zu dem Flugzeug. Nein! Oh, wir werden beschossen. Aber egal, nee, nee. Das ist auf jeden Fall anders. Okay. Kriegen wir den? Ich weiß es nicht. Oh, wenn da jetzt auch eine Auge drin ist, das wäre so nice. Nicht so... Oh nein, das wäre da... Da, das ist ein Winkel! Baller sie ab! Oh Gott, das wird unser Ende. Ja, das wird's. Oh nein, 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 nein. Soll ich wegfahren? Sollen wir die töten einen Baum? Ne, sie fahren weg. Okay, wollen wir hinterher? Ne, wollen wir nicht ja links zum Drop? Kurz den Drop holen? Okay. Die fliehen, echt, da ist der Drop. Man sieht den Qualm. Okay. Oh, da ist doch ein Auto. Wo? Oh nein. Halt, der fahr'n Drop. Okay. Soll ich aussteigen? Ja, ja. Ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen kurz. Achtfach. Gilly-Anzug! Was ist das? Ja, guck mich an. Guck mich doch an. Alter, wie geil du aussiehst. Ich bin cool. Aber okay, die Frage ist jetzt... Oh Gott, wir werden angewandelt. Fahr los, fahr los. Okay, okay, okay. Fahr los, fahr los. Okay, los. Weg, 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 weg. Oh Gott, nein! Ich wurde gehintert, ich wurde gehintert. Abbruch! Nein! Nein! Oh Mann, da haben wir alles riskiert. Und dann kamen die mit ihrem Killer-Kommando. Ich hatte ein Gini. Du warst doch geil. So Leute, das war's mit diesem schmackhaften Video. Lasst doch auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Und wenn ihr jetzt selber Bock habt, PUBG Mobile zu zocken, dann geht ganz oben in die Videobeschreibung. Denn dort könnt ihr euch jetzt gratis runterladen für iOS und Android. Leute, ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao!